Pies oder was gedacht, ich bin's Leo und Leute, wir werden heute auf TikToks reagieren. Leute, für mehr Rack-Spiele, es gibt einen fetten Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um keinen mehr zu verpassen. Und schreibt mir jetzt mal in die Kommentare, wo auch wir noch ergehen sollen. Dann würde ich sagen, let's go! Der schlägt dir noch. Ey, der hat den einfach geschlagen. Oh, Mann. Okay, kommen wir zum nächsten. Okay, ein Handy. Jetzt machen die es safe zu einem Zaubertrick. Ja, safe. Oh, nein. Ja. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. I'll wait for you at the night If you ever want to fall in love If you ever want to bear all of us If you ever want to be my one I'll be waiting If you ever want one more night If you ever want to make things right If you ever want to change your mind I'll be waiting If you ever want to fall in love If you ever want to bear all of us If you ever want to be my one I'll be waiting And you guys are good whenever I'm holding a ghost face squat And grab And grab Shut her up That's right Ah, das ist doch Scream 6, ne? Der jetzt draußen ist Oder? Ja, doch, Scream 6 Steht ja sogar Nice Muss noch reingehen ins Kino Leute, wart ihr? In Scream 6 schon drinnen? Let's go mit dem nächsten TikTok Boah, wie geil Ey, das sieht ja mega geil aus Oha Ey, das sieht mega cool aus, Leute Ey, das sieht ja unermal geil aus Ey, wo ist das wieder hin? Alaska? Steht da Okay, irgend so'n Typ Der jetzt ein Rückwärter zu macht Und jetzt? Oh mein Gott Alter Oh mein Gott Ey, das kam so unerwartet Spring dir doch in deine Face rein Oh mein Gott Alter Oh, Digga Halt mir die Knappe Ich brauch ne kurze Pause, Leute Ich brauch ne Pause Okay, Leute Pause vorbei Mit dem Schock Hab was getrunken Gegessen hab ich grad nix Leute Jetzt geht's weiter Ich hoffe, es kommen keine Jumpscares Es sind nur noch zwei Videos übrig Und Ich hoffe, es Es kommen keine Jumpscares mehr Bitte nicht Oh Ich hab mich so erschrocken Let's go Ich zieh es durch Woo Ich dachte, Scream Den hab ich mir heute erst reingezogen Den fünften Teil Letzten TikTok Bitte nicht Ich hoffe, es kommt kein Jumpscares Kein Jumpscare Okay, Leute Das war's mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Lass doch gerne mal ein Like da Und schaut euch jetzt mal das letzte Video an Das böses Zurückklick dafür Jetzt hier oben drauf Und schaut's euch an Und Ja, Leute Dann würde ich sagen Schreibt mir jetzt Video In die Kommentare Wo auch wir noch eher gehen sollen Und dann würde ich sagen Sehen wir uns bei der nächsten Folge Mit rein Und Ciao